Höchster Name, teurer Erlöser, sinnfrecher Herr, Immanuel, Gott ist mit uns, herrlicher Heiland, lebendiges Wort. Er ist der Friedefürst und der allmächtige Gott, Ratgeber wunderbar, ewiger Vater. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und seines Friedensreichs wird kein Ende sein. Jesus, wir preisen dich, wir beten dich an, wir geben dir alle Ehre. Wir wollen dich bitten, dass du dein Wort segnest für uns. Wir wollen unsere Seele öffnen für dein Wort, Herr, was du uns zu sagen hast, weil deine Worte sind Leben. Du hast Worte des ewigen Lebens, deswegen sind wir hier, deswegen hören wir zu, deswegen richten wir unsere Herzen aus auf dich, weil du Worte ewigen Lebens hast. Du bist der Schöpfer, du bist der, von dem wir kommen und du bist derjenige, der uns das Leben erhält und du bist derjenige, ja, du bist auch das Ziel. Alpha und Omega, Anfang und Ende. Wir brauchen dich so sehr, Herr, am Ende dieses Jahres, wo es dunkel geworden ist, am Anfang dieses Lockdowns. Wir wissen nicht, wir wissen nicht, wohin die Reise geht, aber wir wissen, dass es zu dir hingeht, dass du unser Ziel bist. Wir wissen, dass du am Ziel auf uns wartest. Wir wissen, dass du mit uns bist, Immanuel, Gott mit uns. Wir wissen, dass du der gute Hirte bist, der uns, ja, durch die guten Zeiten und die schlechten Zeiten hindurch führen wird, uns nicht im Stich lässt. Wir preisen dich und beten dich an, Jesus und bitten jetzt, dass du dein Wort, ja, uns offenbarst, uns nahe bringst, dein Wort in uns hinein säßt, dass es gute Frucht bringt, Herr. Amen. Wir sind im zweiten Buch Mose, Kapitel 16. Und letztes Mal haben wir gesehen, wie Gott gnädig den Volk Israel zu essen gibt. Sie hungern. Und in ihrem Hunger werden sie ganz furchtbar ungerecht. Sie lassen ihren Unmut raus. Und wie sie sich so reinsteigern in ihrem Murren, verdrehen sie die Wahrheit. Es kommt alles durcheinander. Nicht die Rettung, die Freiheit, das neue Leben. Nein, der Tod scheint die bessere Alternative zu sein. Sie rufen Gott nicht an, dass er ihnen hilft, dass er sie herausholt aus der Not, dass er sie versorgt, dass er sie rettet. Sie werfen Gott mehr oder weniger vor, dass er sie nicht getötet hat in Ägypten. Und Gott ist ganz gnädig und er entscheidet sich, sie in ihrem Aufruhr, in ihrem Murren zu segnen. Sich selbst zu offenbaren, sein Wesen, sein Charakter, dass er sein Volk liebt und sein Volk annimmt und sich um sein Volk kümmert. Sie sollen erkennen, dass er der Herr ist, der sie aus Ägypten herausgeführt hat. Ein starker Befreier. Sie sollen es wieder neu sehen, neu erkennen. Dadurch, dass er ihnen Essen gibt, abends und morgens. Die Wachteln kommen, sie können sich satt essen, an dem Fleisch der Wachteln. Und am Morgen kommt das Manna, wo sie erst überhaupt nicht begreifen, was das eigentlich überhaupt ist. Und so hat es seinen Namen bekommen. Das Mann, Mannhu, was ist das? Das Brot, das Gott aus dem Himmel hat regnen lassen. Wir haben gesehen, dass es auf den Verweis, der später kommen wird. Es ist nicht nur so, dass Gott sein Volk Israel 40 Jahre mit dem Brot des Himmels gespeist hat, sondern er hat sein Brot aus seinem Mund heraus gesandt. Sein Wort ist Fleisch geworden und wohnte unter uns. Jesus, das Brot des Lebens. Jetzt gehen wir hier weiter in Vers 16. Mittendrin in der Rede des Mose an das Volk Israel. Und jetzt wird es konkret. Wie sollen sie jetzt mit dem Manna umgehen? Gott hatte schon vorher zu Mose gesagt in Vers 4 und Vers 5. Ich lese nochmal Vers 4 und 5 von Kapitel 16. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Dann soll das Volk hinausgehen und den Tagesbedarf täglich sammeln, damit ich es auf die Probe stelle, ob es nach meinem Gesetz leben will oder nicht. Am sechsten Tag aber, wenn es sie zubereiten, was sie einbringen, wird es geschehen, dass es das Doppelte von dem sein wird, was sie tagtäglich sammeln. Hier wird schon, hier zeigt Gott Mose schon, was er vorhat. Und hier wird auch angedeutet, dass es um eine Prüfung geht, eine Probe. Ob sie nach meinem Gesetz, nach meiner Weisung leben wollen oder nicht. Gott prüft sein Volk in dieser Zeit vom Auszug bis zur Offenbarung des Sinai-Bundes. Zur Offenbarung des Gesetzes Gottes am Sinai durch Mose ist das Gesetz gegeben, das Gesetz Israels. Und es wird dann kommen, ab Kapitel 20. In Kapitel 19 kommen sie zu dem Berg und Gott schließt mit ihnen den Bund auf sein Wort hin. Und Mose übermittelt dieses Wort, angefangen von den zehn Geboten, die Gott dem Volk Israel selber nahelegt und dann die vielen weiteren Ausgestaltungen des Gesetzes der Weisung Gottes. Aber Gott prüft das Volk Israel auf dem Weg dorthin durch verschiedene Prüfungen hindurch und sagt, ich will doch schon mal im Vorhinein prüfen, ob ihr nach meiner Weisung leben wollt oder nicht. Bei diesem Thema Prüfungen, das habe ich auch schon das eine oder andere Mal gesagt, ich möchte es nochmal sagen und das auch ein bisschen belegen hier anhand von Johannes 2. Johannes 2 Vers 24 Jesus selbst vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und nicht nötig hatte, dass jemand von dem Menschen Zeugnis gab, denn er selbst wusste, was in dem Menschen war. Jesus, der Sohn Gottes, ganz Mensch geworden, hat eine gewisse Eigenschaft, die ihn als Gottes Sohn auch in seiner Gestalt als Mensch zu eigen war, nämlich dieses tiefe Wissen darum, was in dem Menschen war. Wir sehen das bei vielen Unterhaltungen, bei vielen Streitgesprächen, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, sie tuscheln untereinander. Jesus konnte es nicht hören, aber er wusste, was sie dachten. Ob das jetzt Telepathie ist oder ob das so reines Erfahrungswissen ist, ich glaube, hier wird es sehr deutlich. Er kannte alle. Er hatte nicht nötig, dass jemand von dem Menschen Zeugnis gab, denn er selbst wusste, was in dem Menschen war. Und wenn Gott uns auf die Probe stellt, dann ist das wie bei seinem Sohn. Er weiß, was Sache ist. In Johannes 6 wird uns das erzählt, als Jesus diese riesige Volksmenge hatte und sie hatten kein Brot dort für diese riesen Volksmenge, die waren so hungrig. Und er fragt einen seiner Jünger, na, was machen wir denn jetzt? Und dann sagt Johannes, in seinem Evangelium schreibt er, das sagte er aber nicht, weil er nicht wusste, was zu tun wäre. Er wusste, was er tun wollte. Aber er stellte ihn auf die Probe. Es ist eine Prüfung und diese Prüfung dient demjenigen, der geprüft wird. Er soll selbst begreifen, wo er steht, was in ihm ist. Er soll ihn weise machen. Er soll lernen. Er soll wachsen. Und diese Prüfungen dienen dazu, dass er selbst begreift, wo er steht. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid, sagt Paulus uns. Prüft euch selbst. Und wie tun wir das? Ja, wir können über uns selbst nachdenken, über unseren Weg, über unser Leben. Und das ist gut, wenn wir das tun. Aber lasst uns das mit Gott zusammentun, so wie David es gemacht hat. Im Psalm 139, am Ende des Psalmes betet er, Prüfe mich ja und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Wenn ich auf falschem Wege bin, dann führe mich auf dem richtigen Weg. Paulus sagt es in 1. Korinther 4. Ich bin Gott verantwortlich. Und wenn ich mich selber prüfe, dann finde ich vielleicht nichts, was ich mir vorwerfen kann. Aber dadurch bin ich noch nicht gerechtfertigt. Denn der Herr ist es, der uns prüft. Er weiß, was in uns ist. Er weiß auch, was in mir ist. In einer Weise, wie ich es selbst nicht weiß. Deswegen brauche ich seine Hilfe, dass er sich mir offenbart. Dass er mir offenbart. Dass er mir den Spiegel vorhält. Und das tut er oft in Prüfungssituationen. Er tut es manchmal auch durch sein Wort. Dann höre ich ein Wort von ihm, das spricht mich an und ich bin überführt. So wie David, der König. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, ihm eine schöne Story erzählte von so einem armen Mann und so einem reichen Mann und so eine fiese Geschichte, dass der reiche Mann im Arm sein einziges Schäflein, was er so liebte, weggenommen hat. Und David in seiner Selbstgerechtigkeit ist so stark und groß als Richter und sagt, was ist das für ein Fall? Da muss aber Gerechtigkeit geschehen. Dieser Mann ist ein Mann des Todes und er muss das Schaf vierfach zurückzahlen. So wie es das Gesetz verlangt. Und dann hört er das Wort Gottes aus dem Munde Nathans. Es ihm sagt, du bist der Mann. Du bist der Mann. Manchmal kommt ein solches Wort mitten in unser Herz hinein. Wir erkennen uns selber. Manchmal ist es eben durch eine solche Prüfungssituation, wo Gott uns zeigt, hey, du meintest zwar, dass du auf einem guten Weg bist, aber so ist es nicht. Du denkst, du bist stark im Glauben, aber du bist sehr schwach. Es kann auch andersrum sein. Manchmal prüft Gott uns, führt uns Gott in Prüfungen rein, um uns zu zeigen, wie sehr wir schon gewachsen sind. Um uns zu ermutigen und aufzubauen und uns zu zeigen, hey, habt doch nicht solche Angst. Du bist schon gewachsen im Glauben. Du hast Vertrauen in mich gesetzt. Du bist gewachsen in der Erkenntnis Gottes. Mein Wort ist stark in dir. Und dadurch überwindest du den Bösen. Und das ermutigt uns. Dann merken wir, wow, mit Gott kann ich über Mauern springen, so wie David das sagt. Also Gott führt das Volk Israel hier auch wieder in eine Prüfungssituation hinein. Und die Prüfung besteht nicht erst darin, dass sie erst mal nichts zu essen haben und Hunger leiden, sondern die Prüfung besteht dann auch darin, wie sie jetzt mit der Versorgung Gottes umgehen sollen. Diese Versorgung Gottes hat zwei Bestandteile. Der eine Bestandteil ist Gottes gnädige Gabe. Er schickt Tag für Tag dieses Manner. Jeden Tag ist es frisch da auf den Feldern rund um das Lager. Egal wo sie das Zelt aufschlagen, an dem Ort, wo sie sind, und am Morgen ist wieder das frische Manner da. So wie reif, sagt Mose. Sie können es gar nicht so richtig einordnen. Aber jeden Tag ist es frisch da. Gott versorgt sie, er gibt jeden Tag dieses Manner, dieses Brot des Himmels. Aber die Probe besteht jetzt darin, ob sie den Weisungen Gottes folgen, wie sie diese Versorgung in sich aufnehmen können, wie sie mit dieser Versorgung umgehen sollen, wie sie davon profitieren. Denn es geschieht in einer bestimmten Ordnung. In der Ordnung Gottes werden wir die Versorgung, die Gnadengaben Gottes genießen. Wenn wir es außerhalb der Ordnung Gottes tun, wenn wir eigenmächtig mit den Gaben Gottes verfahren, wie wir meinen, damit umgehen zu können, dann werden wir sie nicht genießen können. Das werden wir jetzt gleich sehen. Und wir steigen ein. In Vers 16. Dies ist das Wort, das der Herr geboten hat. Sammelt davon. Jeder nach dem Maß seines Essens. Einen Gomer je Kopf sollt ihr nehmen, nach der Zahl eurer Seelen. Jeder für die, die in seinem Zelt sind. Dieser Vers ist ein bisschen komprimiert, wie genau das jetzt zu verstehen ist, ist nicht ganz klar zu sagen. Ein Gomer, das ist ein Hohlmaß, also ein Pott, was weiß ich, ein Topf, ein Gefäß irgendwie, da passen gut zwei Liter rein. Es gibt andere Ausleger, die diese Hohlmaße anders deuten, dass es ein größeres Maß gewesen ist, von knapp vier Litern. Ich weiß es nicht. Es gibt da unterschiedliche Ansätze. Nehmen wir mal die zwei Liter, die gut zwei Liter. Und sie sollen also dieses Himmelsbrot sammeln in ihre Töpfe, in ihre Gefäße. Und es soll für die Zahl der Seelen, also jeder sammelt ein für sein Haus. Jeder sorgt für sein eigenes Haus, für die Seinen, für sich selbst, aber auch für die, die Gott einem anvertraut hat. Manchmal ist es so, dass man alleinstehend ist. Dann ist man für sich selbst verantwortlich. Manchmal ist es so, dass Gott einem, einen anderen Menschen anvertraut hat. Ein Ehepartner. Vielleicht Kinder. Dann ist man auch für diese verantwortlich und soll dafür sorgen, dass sie auch mitversorgt werden. Aber es ist ein kleiner Rahmen. Es ist das Haus. Da, wo wir im Moment auch drauf geworfen sind. Wir werden durch die Gesetzgebung darauf hingewiesen. Du und dein Haus. So hat es Joshua auch gesagt. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Er hat dem Volk Israel gesagt, ihr müsst entscheiden, wem ihr dienen wollt. Aber ich und mein Haus, wir haben unsere Entscheidung getroffen. Wir dienen dem Herrn. Er konnte als Führer Israels am Ende nicht eine Entscheidung für das ganze Volk treffen. Er konnte nur eine Entscheidung für sich treffen. Aber auch für die, die ihm anvertraut waren. Für seine Familie. Für die seinen. Die, die mit ihm zusammen gelebt haben. Vielleicht sind auch noch Diener dabei gewesen. Wir wissen es nicht genau. Aber die, die seinem Haus angehörten. Und für die hat er diese Entscheidung getroffen. Wir sind klar. Wir stehen klar. Wir dienen dem Herrn. So sind wir auch jeder in dieser Zeit darauf geworfen, für uns als Familie, für uns als Hausgemeinschaft diese Entscheidung zu treffen, Jesus zu dienen, ihm treu zu bleiben. nicht zu weichen, nicht abzuweichen. Die Gemeinde kann das nicht für uns machen. Gott hat hier dem Volk Israel nicht aufgetragen, so sammelt ein paar Leute, die die Einsammlung des Manners übernehmen, so einen Haufen Männer, die sozusagen arbeitsteilig, die sozusagen das Einsammeln übernehmen und ein anderer Part von Männern, die dann die Austeilung übernehmen. Nein, jeder sollte selber rausgehen und für sich sammeln, beziehungsweise für die, die ihm anvertraut waren. Und das ist total wichtig, eine wichtige Botschaft für dich und für mich in dieser Zeit. Wir können uns eben nicht darauf verlassen, dass andere für uns sammeln. Wir müssen selber sammeln, das Brot des Lebens. Wie wir letztes Mal gelesen haben, wie Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Mund Gottes ausgeht. Das Wort Gottes ist ausgestreut. Jeden Morgen frisch ist es da. Wer sammelt es ein, damit deine Seele Futter hat? Du selbst. Du selbst musst rausgehen und das Futter einsammeln. Für dich und für die, die dir anvertraut sind, für die du verantwortlich bist. Dass du selbst was zu essen hast und denen Speise bereiten kannst, die dir anvertraut sind. Und vielleicht ist es, wie gesagt, wenn du alleinstehend bist, dann ist es vielleicht dein Nachbar, der ein gutes Wort braucht, der eine Ermutigung braucht, der vielleicht gar nicht gläubig ist und eine Ermutigung zum Glauben an Gott von dir braucht. Gerade in dieser dunklen Zeit, wo die Hoffnung bei vielen verloren geht, wo Entmutigung an der Tagesordnung ist. Aber du kannst nur etwas geben, was du eingesammelt hast, was du empfangen hast. Deswegen ist es so wichtig, dass wir tagtäglich, früher wird ja fast kaum noch gesagt, das Wort stille Zeit, weil es ja so verpönt ist oder so. Stille Zeit. Nenn es die Zeit des Einsammelns. Okay? Manna-Einsammel-Zeit. Ja gut, okay. Wie auch immer. Nenn es wie du willst. Aber das Manna muss eingesammelt werden, sonst kannst du es nicht genießen. Sonst kannst du nicht dich davon nähren. Sonst wirst du über kurz oder lang hungrig sein. Und was ist die Folge, wenn du hungrig bist? Du wirst ungerecht, dein Fleisch kommt zum Vorschein. Und du wirst so wie die Israeliten hier und sagst irgendwann, wäre ich doch bloß in Ägypten geblieben. Also sammelt ein. Vers 17. Und die Söhne Israel machten es so und sammelten. Der eine viel, der andere wenig. Boah, das ist schön. Also die erste Prüfung bestanden. Gott hat geboten und sie machen es so. Was für ein Segen. Wenn wir das so machen, dann haben wir auch was zu essen. Dann können wir gestärkt werden. Und jetzt kommt was Tolles. Vers 18. Als sie aber mit dem Goma maßen, da hatte der, der viel gesammelt hatte, keinen Überschuss. Und wer wenig gesammelt hatte, der hatte keinen Mangel. Ist das nicht cool? Das ist Kommunismus. Nein, aber wisst ihr, was es bedeutet ist, dass Gott für alle sorgt. Es geht hier um die Versorgung. Es geht darum, gestärkt zu werden durch das Wort Gottes, durch genähert zu werden, an Leib, Seele und Geist. Und es geht um die Grundversorgung, wenn du so willst. Und Gott streut die Grundversorgung aus. Und du brauchst einfach nur hinausgehen und dir das zu nehmen. Und wenn du halt ein schwacher Mensch bist, ein kranker Mensch, der keine weiten Wege gehen kann, der nach einer halben Stunde Bücken solch heftige Rückenschmerzen hat, dass er nicht mehr weiter sammeln kann. Er kommt nach Hause mit dem kleinen bisschen, was er gesammelt hat in dieser halben Stunde. Am Ende wird abgemessen und er hat so viel, wie er braucht. Es reicht. Es reicht aus. Wir brauchen auch keine fromme Leistungsschau zu machen untereinander. Es geht nicht darum, wer ist hier der intellektuell am Höchststehende? Wer hat das Wort Gottes so stark studiert, dass er so richtig der Crack ist hier unter uns? Es geht um Ernährung. Es geht darum, dass du dich näherst. Und da hat Gott etwas für dich. Er hat ein Körnchen Manna für dich. Und dieses Körnchen reicht aus, wenn du es einsammelst. Und Mose sagte zu ihnen, niemand lasse etwas davon übrig bis zum Morgen. Interessantes Gebot. Das, was Gott dir gegeben hat, das nimm und iss und kau und schluck es runter. Sei nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter. Wende das Wort Gottes an. Schieb es nicht auf morgen. Nimm es jetzt in dein Leben hinein. Sonst passiert Folgendes. Sie hörten nicht auf Mose, sondern einige ließen etwas davon bis zum Morgen übrig. Da verfaulte es durch Würmer und Stank. Ist doch krass, oder? Nicht aufgenommen, nicht richtig in mich aufgenommen, nicht aufgesogen, nicht umgesetzt in die Tat. fängt es an zu stinken. Wenn wir das Wort nur Hörer des Wortes und nicht Täter des Wortes sind, dann wird uns das Wort Gottes am Ende zum Wurmfraß. Es belastet unser Gewissen. Wir werden abgestumpft. Wir werden taub für das Reden Gottes. Wir können nicht mehr den guten Geruch der guten Nahrung Gottes aufnehmen, sondern es wird übertüncht von dem Gestank des alten, verfaulten. Gott will uns immer wieder neu frisches Manner geben. Das Wort Gottes will immer wieder frisch in unserem Leben sein. Wenn wir aber dieses alte, abgestandene Manner uns immer wieder vornehmen, dann stinkt es nur und uns wird speiübel, wenn wir die Bibel aufschlagen. Es spricht überhaupt nicht zu uns. Wir packen es lieber wieder weg. Nee, dieses olle Wort von gestern. Gott will durch seinen Heiligen Geist uns aber jeden Tag neue, frische Speise geben. Sie wird aber nur dann frisch, wenn du es auch isst, wenn du nichts davon übrig lässt, sondern es wirklich dich darauf einlässt und diesem Wort auch Raum gibst in deinem Leben und dem Wort folgst. Da wurde Mose zornig über sie. Derjenige, der dir die Weisung gegeben hat, der Anführer Israels. Er sieht dieses unbelehrbare Volk und was es mit dieser wunderbaren, guten Gabe Gottes macht in ihrem Ungehorsam, in ihrer Selbstsucht, in ihrer Eigensinnigkeit. Ja, vielleicht ist es bei manchen auch Misstrauen gewesen. Nachher ist morgen nichts mehr da. Ich muss damit haushalten. Am Ende wird Gott uns dann doch nicht versorgen. Da muss ich sparen. Mose wurde zornig. Warum? Weil das Volk Israel doch erlebt hat, wie Gott sie bis hierhin gebracht hat. Wie er immer wieder eingegriffen hat. Wie er sie mächtig herausgerettet hat mit starker Hand. Wie er sie dann mit Wasser versorgt hat. All diese Dinge, sie haben das doch schon erlebt, dass Gott ihr guter Hirte ist. Vertraut ihm doch, denkt Mose. Und sie sammelten es morgen für morgen, jeder nach dem Maß seines Essens. Wenn aber die Sonne heiß wurde, dann zerschmolz es. Also wenn du es liegen lässt und nicht einsammelst, dann zerschmilzt es. Es ist weg. Dann kannst du es nicht mehr finden. Nutze die Gelegenheit, nutze die Möglichkeit, am Morgen das frische Manna einzusammeln. Und es geschah am sechsten Tag, da sammelten sie das Doppelte an Brot. Zwei Goma für jeden Einzelnen. Da kamen alle Fürsten der Gemeinde und berichteten es Mose. Oh, guck mal, Mose, wir haben so viel gesammelt. Wie kommt denn das? Mose wusste es schon. Gott hat es ihm schon gesagt. Er sagte nun zu ihnen, dies ist es, was der Herr geredet hat. Morgen ist eine Sabbatfeier, ein heiliger Sabbat für den Herrn. Das erste Mal in der Bibel, dass das Wort Sabbat hier erwähnt wird. Ein Ruhetag. Zwei Worte. Schabbaton, Schabbat. Und dann nicht nur ein Schabbat, sondern ein heiliger Schabbat. Es gibt auch ein Verb, was Schabbat heißt. Das bedeutet Ruhen oder Aufhören. Das ist schon viel früher erwähnt, nämlich im ersten Mose 2, Vers 2, als Gott nämlich aufhörte, weiter kreativ zu werden, weiter etwas zu schaffen. Nein, er hörte auf. Er machte Pause. Am siebten Tag ruhte Gott. So wird es da übersetzt dann in 1. Mose 2. Und dort steht auch von der Heiligung. Gott segnete und heiligte diesen siebten Tag. Schon in der Schöpfungsgeschichte wird uns das berichtet. Aber es wird nicht als Gebot irgendwie an die Menschheit irgendwie ausgegeben. Erst hier wird es das erste Mal erwähnt. Gott offenbart seinem Volk, morgen gibt es eine Feier. Es ist der siebte Tag. Es ist ein heiliger Schabbat für den Herrn. Also, wenn es um Schabbat geht, um Ruhe, dann geht es immer auch um den Herrn. Es geht um Gott. Und heilig heißt, dass er ein besonderer Tag ist. Besonders ist er deswegen, weil er anders ist als die anderen sechs Tage. In diesem Fall wird es kein Essen geben an diesem Tag. Ist eigentlich schlecht, ne? Ist ja ein schlechterer Tag als die anderen. Nein, das Gute ist, sie müssen nicht hinausgehen, um einzusammeln, denn Gott hat am Tag vorher so viel gegeben, dass etwas, das genügend für den Schabbat da ist, für den Ruhetag. Sie müssen nicht hinausgehen, um zu sammeln. Das ist der Schabbat. Das ist die besondere Feier. Sie haben Zeit. Mehr Zeit. Dadurch, dass sie nicht hinausgehen müssen und sammeln müssen. Sie haben mehr Zeit für den Herrn. Sie haben Zeit zur Ruhe. Sie haben eine Pause. Was ihr backen wollt, backt. Und was ihr kochen wollt, kocht. Alles aber, was übrig bleibt, legt zurück zur Aufbewahrung bis zum nächsten Morgen. Da haben sich bestimmt so einige Gemeldungen gesagt, äh, Mose, du hast doch sonst gesagt, irgendwie, wir sollen immer alles aufbrauchen und nichts zurücklegen. wenn wir das jetzt zurücklegen, dann werden da morgen noch Würmer drin sein. Ja, alles klar, gilt was anderes jetzt, jetzt, ne, heute Nacht wird es, werden keine Würmer reinkommen. Ne, also mach das mal so. Gott hat das gesagt, mach das mal so, es wird morgen noch gut sein. Da legten sie es zurück bis zum nächsten Morgen, wie Mose geboten hatte und es wurde nicht stinkend und es kam kein Wurm hinein. Wieder gehorsam hier. Also beim Volk Israel, wir sehen nicht nur ungehorsam, wir sehen nicht nur, dass sie ganz böse sind und immer alles falsch machen. Nein, sie haben es schon versucht, auch immer wieder mal, ne, sich auf das einzulassen, was Gott ihnen gesagt hat. Und dann haben sie erlebt, wenn sie es gemacht haben, dass Gott vertrauenswürdig ist. Wenn du dich darauf einlässt, Gottes Wort zu tun, dann wirst du sehen, wirst du merken, dass Gott vertrauenswürdig ist. Und wenn dir das vielleicht mal unlogisch erscheint, wie gesagt, vorher hast du gesagt, wir sollen nichts tun, jetzt sollen wir plötzlich aufbewahren, was nun? Vertrau doch einfach. Es ist ein heiliger Schabbat. Es ist ein heiliger Schabbat. Es ist Pause. Mose sagte, es ist heute, denn heute ist ein Schabbat für den Herrn. Heute werdet ihr auf dem Feld nichts finden. Sechs Tage sollt ihr es einsammeln, aber am siebten Tag ist Schabbat. Da gibt es nichts. Aber am siebten Tag geschah es, dass dennoch einige vom Volk hinaus gingen, um zu sammeln. Tja, wieder die Probe nicht bestanden. Anstatt das zu befolgen, was Mose gesagt hat und zu glauben, müssen diese klugen Menschen, müssen doch rausgehen und nachschauen, ob es wirklich so ist. Es könnte ja sein, dass es nicht so ist. Ja, wir sind mit unserer Klugheit so unglaublich weit gekommen. Wir haben unser Leben so klasse. Wir haben so viel herausgefunden. Wir sind so klug. Wir sind so weise. Wir erfinden und finden so viele Dinge heraus. Und doch unsere Klugheit, unsere Weisheit wird uns am Ende zur Narrheit. Weil wir mit all unserer Weisheit immer wieder uns selbst hineinstürzen in neue Probleme, in neue Schwierigkeiten hinein. Es ist eben nicht so, dass der Fortschritt so aussieht, der wissenschaftliche oder der technische Fortschritt. Ja, wir haben klein angefangen, aber wir haben immer mehr zugenommen an Weisheit, an Fähigkeiten, an Techniken, an Möglichkeiten und wir werden immer besser und immer besser und am Ende, irgendwann werden wir alles wissen, alles können. So ist es nicht. Bei jedem Schritt, den wir machen, in diesem sogenannten Fortschritt, kommt immer was, das sich dann auftut, eine Schwierigkeit oder im Wissen, man entdeckt etwas und dann merkt man, boah, durch diesen Schritt, dass ich jetzt mehr weiß, erkenne ich, dass da noch viel mehr ist, was ich nicht weiß. Oder aber auch das, was sich an Möglichkeiten, an Techniken entwickelt hat, das stürzt mich in ethische Probleme hinein, die ich nicht lösen kann. Vorher war es so einfach und jetzt ist es so schwierig geworden. Als wir nicht wussten, wie die Viren übertragen werden, dann sind wir einfach krank geworden und sind gestorben. Das war schlimm, das war traurig. Aber jetzt, jetzt wissen wir es, wie es geht und wir haben große Leidenschaft, wir müssen ständig damit kämpfen, mit diesen ethischen Problemen, mit den Grundrechtseinschränkungen, mit all diesen Herausforderungen, wo dann Leute vor Gericht ziehen und das Gericht sagt, ja, du hast recht, du hast ein Grundrecht, auch freie Religionsausübung, wenn das dazu führt, dass die Krankheiten sich weiter verbreiten, wir können da nichts geben, aber du hast ja dieses Recht. Ja, sollen wir das nun einschränken? Sollen wir uns nicht mehr treffen? Tja, es wird schwer, durch all unser Wissen, durch all unser Können. Ja, wenn wir aber uns dem Herrn unterordnen und ihm vertrauen, dann wird er uns richtig führen. Das ist hier die Botschaft. Vertrau auf Gottes Wort, auf seine Wegweisung und du wirst Segen empfangen. Meine nicht, dass du es besser weißt als Gott. Aber Gott ist gnädig und er verurteilt sie hier nicht. Es gibt andere Stellen später über den Sabbat, wo es dann ganz anders aussieht. Hier in dieser Prüfung am Anfang, wo er ihnen den Sabbat sozusagen auf diese Art und Weise nahe bringt, im praktischen Vollzug, indem er ihnen halt diese Nahrung am siebten Tag nicht auf die Felder streut, sondern am sechsten Tag ihnen doppelt geht. Das ist doch eine tolle Erziehungsmethode, wie man Schabbat lernen kann. So hat er sie das gelehrt, ruhig zu werden, innezuhalten, mal zu Hause zu bleiben. Das steht hier nämlich auch. Also, sie gingen hinaus, fanden nichts. Da sprach der Herr zu Mose, wie lange habt ihr euch nun schon geweigert, meine Gebote und Gesetze zu halten? Seht, weil euch der Herr den Sabbat gegeben hat, darum gibt er euch am sechsten Tag Brot für zwei Tage. So bleibe nun jeder von euch daheim. Niemand verlasse am siebten Tag seinen Lagerplatz. So ruhte denn das Volk am siebten Tag. Also, Gott ist auf der einen Seite schon hier so ein bisschen genervt. Irgendwie, Mann, oh Mann, oh Mann. Aber er ist trotzdem so gnädig. Er rächtet hier mit seinem Volk. Er erklärt es ihnen. Er erklärt es ihnen. Deswegen habt ihr doch doppelt so viel bekommen, damit ihr dann nicht rausgeht, sondern dass ihr dann zu Hause bleibt. Und ja, es ist auch etwas Gutes, mal zu Hause zu bleiben. Auch wenn in uns sich alles sperrt und Widerstand leistet. Ich will aber nicht zu Hause bleiben müssen. Ja, ich möchte gerne mal zu Hause bleiben, wenn ich nicht muss. Dann lege ich gerne doch mal die Beine hoch und sage, oh, heute bleibe ich mal zu Hause. Heute mache ich mal gemütlich. Aber wenn ich es muss, dann fühle ich so dieses Drängen. Ich muss raus, ich muss raus. Ich muss unbedingt einkaufen gehen. Jetzt habe ich wenigstens einen guten Grund, zu Weihnachten zu sagen, oh, ich konnte leider keine Weihnachtsgeschenke kaufen. Ich hatte das anders geplant und jetzt ging es alles nicht mehr. Hier habe ich einen Gutschein für dich. Also, Gott möchte, dass wir Pause machen, dass wir innehalten. Er möchte, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir stille werden. Ich habe es vorhin vorgelesen, es ist auch ein Wort, was mich heute sehr angesprochen hat in Jesaja 30. So spricht der Herr, Jesaja 30, Vers 15, durch Umkehr, so spricht der Herr, Jahwe, der heilige Israels. Durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. In Stille sein und in Vertrauen ist eure Stärke. Aber der Vers ist noch nicht zu Ende. Da steht, aber ihr habt nicht gewollt. So wie das Volk Israel, einige aus dem Volk, nicht gewollt haben, zu Hause zu bleiben und das zu genießen, was Gott ihnen gegeben hat am Schabbat, am Sabbat, an dem Tag, wo sie unterbrechen mussten. sie mussten unbedingt trotzdem rausgehen. Sie mussten trotzdem für sich selber sorgen. Sie mussten trotzdem irgendwie sehen, dass sie die Sache in den Griff kriegen. Sie haben sich nicht die Zeit genommen, um Gemeinschaft mit dem Herrn zu pflegen, um das zu genießen, was sie, was Gott ihnen dazu gegeben hat, an dem Tag davor, damit sie diesen Tag auch zur Ruhe kommen. Ich kann nur allen empfehlen, immer wieder, dieses Sabbatgebot, das ist nicht etwas, was uns im Neuen Testament in Wort wörtlich weitergegeben wird. Viele Gebote, auch der Zehn Gebote, werden immer wieder wiederholt, auch im Neuen Testament. Das Sabbatgebot findest du nicht. Jesus sagt an bestimmter Stelle, ich bin der Herr des Sabbats. Und der Sabbat ist nicht, oder der Mensch, der Sabbat ist nicht, nee, wie heißt es? Der Mensch ist nicht für den Sabbat da, sondern der Sabbat ist für den Menschen da. Genau, so rum. Und das sind wichtige Worte von unserem Herrn. Und dann gibt es noch einen anderen Vers, was, der unheimlich wichtig ist. Matthäus 11, 28. In Kolossa wird uns gesagt, dass niemand uns ein schlechtes Gewissen machen soll, wegen eines Sabbats oder Neumondes oder sonst irgendetwas. Das ist in Kolossa, ich kriege es, ich weiß jetzt nicht genau, Kolossa. Danke, Reinhard. Kolossa 2. Und in Matthäus 11, in Kolossa 2 wird dann auch gesagt, der Sabbat ist nur ein Schatten von dem Eigentlichen. Das Eigentliche ist der Gegenstand. Der Schatten ist nur sozusagen das Licht, was dagegen fällt und du siehst den Schatten. Du kannst die Umrisse erkennen, aber es ist nicht das Eigentliche. Und Gottes Wort sagt uns, das Eigentliche ist gekommen. In Jesus ist das Eigentliche, der Gegenstand gekommen, des Schabbats. Und das ist in Matthäus 11, Vers 28. Da steht, Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus ist derjenige, der uns Ruhe gibt. Er ist der Herr des Sabbats. Er gibt uns diese Ruhe, die wir brauchen. Du kannst es nicht erreichen, indem du jetzt irgendwie dieses Sabbatgebot versuchst einzuhalten. Du findest es nur in der Gemeinschaft mit Jesus und du findest es in ihm auch nicht nur am Sabbat, sondern an jedem Tag. Und dennoch ist das Sabbatgebot etwas, was auch in unserem Christenleben eine Rolle spielen sollte und wichtig ist. Wir verausgaben uns. Wir sind immer in Betrieb. Stefan hat es vorhin gesagt. Wir sind die ganze Zeit am Reden. Wir machen und ballern uns die ganze Zeit zu mit Entertainment. Wir hören nicht auf. Und das Wort Sabbat heißt oder Schabbat heißt aufhören. Mal alles hinlegen, loslassen, das Handy ausmachen. Wir brauchen diese Zeit der Ruhe, damit wir dem Herrn begegnen können, damit wir zur Ruhe kommen, damit wir Kraft tanken können für unsere Seele. Aber nicht nur das, sondern dass wir Gemeinschaft mit dem Herrn haben können auf eine Art und Weise, wie wir es nicht tun können, wenn wir in Aktion sind, wenn wir in Bewegung sind, wenn wir ständig Zustrom haben. Ja, ich will jetzt schließen. Ich muss mal gucken, ob ich die Verse jetzt so weit habe, wie ich sie haben wollte. Es kommt hier noch was, das machen wir jetzt aber nicht. Lass uns diese Zeit nehmen wirklich, diese Zeit, die jetzt auch vor uns liegt, als eine Chance des Innehaltens. Ja, Gott verordnet uns in dieser Zeit, auch durch unsere Regierung, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir ihn suchen. Dass wir das vielleicht einüben. Das ist doch auch eine Chance, dass wir dieses tägliche Manna einüben, uns dieses tägliche Manna zuzuführen und es mit denen zu teilen in unserem Haus, in unserer direkten Umgebung. Dass wir ein Leben einüben, was eben nicht in dem Zuschütten, sich zu schütten, zu voll machen besteht, sondern wo es Pausen gibt. Und das ist eine ganz wichtige Sache jetzt in dieser Zeit, weil es ist ein großes Problem, wird auch schon diskutiert, der zunehmende Medienkonsum und die Medienabhängigkeit, die teilweise entsteht. Wir müssen wirklich Pausen machen mit unseren Medien. Wir müssen uns selbstdisziplinieren darin und Gott suchen, dass er uns dabei hilft. Manchmal ist es so, vorhin bin ich losgefahren und ich habe mein Handy zu Hause vergessen. Und ich dachte, ach, das ist eigentlich ganz gut. Das brauche ich jetzt nicht. Ich mache mir die Lobpreis-CD an, die da ist. dass ich singe dem Herrn. Ich wollte eigentlich irgendeine andere Musik hören, da habe ich gedacht, nee, ist eigentlich gut, dass ich jetzt mein Handy nicht mit dabei habe. Brauche ich auch nicht die ganzen Nachrichten, die da noch reinkommen und sonst was. Ja, lass uns das Manna essen, das Jesus uns gegeben hat. Er selbst ist dieses Manna, er selbst ist dieser Sabbat. In ihm finden wir diese Ruhe, in ihm finden wir diesen Frieden, dass wir auch nicht ständig denken, wo kriege ich jetzt noch was her? Nein, wir sind satt, wir sind zufrieden in ihm. Lass uns das Abendmahl jetzt feiern im Gedenken an ihn, dass er sein Leben für uns gegeben hat, damit wir in der Ruhe Gottes leben können, Tag für Tag mit ihm weitergehen können, essen können und dann am siebten Tag ausruhen können. Jesus, wir danken dir dafür, dass du das Brot des Lebens bist. Wir danken dir auch, dass du unser Sabbat bist. Und schenkt uns diese Ruhe, diesen Frieden, wie du auch gesagt hast. Alle Sorge werft auf mich und der Friede, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. So bringen wir dir ja, all unsere Not, all unsere Last, alle unsere Sorgen, alles, was uns beschäftigt, wir bringen es dir und wollen es dir ans Kreuz legen jetzt. Wollen das Brot essen, den Kelch trinken, danken dir dafür, für dein Blut, was du vergossen hast, zur Vergebung unserer Sünden, dein Leib, Leib, den du hast zerreißen lassen, für uns. Jesus, wir preisen dich und danken dir dafür und bitten dich, dass du es jetzt segnest, wenn wir es zusammen essen. Amen.